Ganz viel Erfolg morgen bei der Prüfung, liebe Karin. Diese Grußbotschaft könnte RAF-Terrorist Burkhard Garweg zum Verhängnis werden. Der 55-Jährige wird seit Jahren von der Polizei gesucht. Nur fünf Sekunden. 2020 in Berlin aufgenommen. Im Hintergrund Fahrzeuge und ein Bauwagen. Mit der Veröffentlichung des Videos erhofft sich das LKA neue Hinweise. Wer das Video aufgenommen hat und wer die gegrüßte Karin ist, ist nicht bekannt. Ganz viel Erfolg morgen bei der Prüfung, liebe Karin.